Der Iran hat Spekulationen über eine Explosion in der Atomanlage Natanz zurückgewiesen. Ein Armeesprecher sagte, in der Region in Zentraliran sei ein Raketenabwehrsystem getestet worden. Es bestehe kein Grund zur Sorge. Zuvor hatte es verschiedene Berichte über eine Explosion in der Region Natanz gegeben. Etwas mehr als 200 Kilometer südöstlich von Teheran liegt dort eine unterirdische Anlage zur Anreicherung von Uran. Die Anlage in Natanz war mehrfach das Ziel von Angriffen. Das iranische Atomprogramm ist international umstritten. Israel befürchtet eine atomare Bewaffnung des Irans und will diese verhindern. Der Iran selbst sagt, dass die Urananreicherung friedlichen Zwecken dient.